hoch und hoch so sehr schön ich träge mal hier so ein bisschen äh wir uns entschieden ein bisschen weizen ich denke mal ich mach bald so eine richtige farm da draus so alles klar sehr schön machen wir das mal alles zu hier mit weizen jetzt genug davon so sehr gut alles klar dann den rest mal gerade fix weglegen die taschen überfüllen und dann direkt ach so jetzt habe ich das weggelegt verdammt also echt nicht der plan so dann mal ein paar schäfchen holen schäfchen 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 mit mein schäfchen ja du da auch wenn man die beschaf das weiß ja auch noch komm komm oder ihr zwei noch kommt ihr wollt weiter doch jetzt bin ich gierig jetzt will ich das andere auch noch haben jetzt bin ich gierig jetzt will ich alle fünf haben kommt meine lieben kommt 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 folgt mir folgt mir folgt mir meine lieben folgt mir ihr wollt doch alle dieses stück weizen was ich in der hand habe haben ihr seid doch alle geil drauf so dann mal hier rein alle mit ihr rein ihr lieben kommt hier rein zeraut euch komm du einer noch du da noch genau so zack dann darfst du dich mit dem da paaren wir haben die gleiche hauptfarbe wenn sich das nicht was gegen unterschiedliche hautfarben hätte aber das ist einfach damit es jetzt besser einfach ist so und ihr dürft euch auch mal gerade alle vermehren so du mit dem du da auch zack du auch so du und du du und du da und dann haben wir erstmal ein bisschen was genug hier gemacht dann reicht das hier erstmal so sehr schön das kann zugemacht werden wir müssen fuddern und dann würde ich sagen werden wir noch abbauen auf jeden Fall alles so sehr gut ja wunderschön wunderschön so alles klar ja so was machen wir jetzt jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt was machen wir denn ich glaube ich gehe mal gerade hier auf diesen Berg ich muss gucken was hier so alles ist interessiert mich mal gerade ich will mal sehen was da so alles auf mich warten könnte schauen wir mal gerade nach was wir denn so tolles alles haben war schon geil dass ich hier wieder Redrock habe verflucht verflucht was denn jetzt los wieder so müde durch die Krankheit bin ich auch ein bisschen ich sag mal in gewisser Art und Weise Schlafstörung ich darf irgendwie nur so 2-3 Stunden da muss ich wieder aufstehen eben oh cool sehr gut black rock basalt sehr schön auch schon mal einen Vulkan gefunden das ist sehr gut das trifft sich wunder gut wunder wunder gut das trifft sich wunderschön dass hier wieder ein Vulkan ist das heißt wir können auch dann direkt mal unseren Basalt Haus äh Vorrats direkt mal befriedigen wenn wir dann was brauchen so warte mal wir können mal hier hoch gehen komm ich da wie hoch sonst buddeln wir uns hoch äh scheiße Adventure Map mäßig bin ich einfach zu dumm so zack hier hoch so dann hier hoch und dann komm uns mal fixierer durch danke sehr so und dann sind wir quasi auch schon oben sehr cool ja geil guck mal hier hammer geil guck mal da ist eine richtig geile Fels äh eine richtig geile Spalte Felsspalte oder eine ja kann man sagen eine schöne Felsformation die richtig geil aussieht guck mal ah nur von da sieht sie gut aus cool auf jeden Fall ja schöner hoher Berg würde ich sagen sieht gut aus Müllquelle ja ich weiß ja so ja cool auf jeden Fall sieht sehr gut aus gefällt mir auf jeden Fall kann man mal ausnutzen das war jetzt sehr riskant aber ich weiß ist mir egal gewesen jedenfalls sehr cool richtig schöner Berg da oben hier fällt mal kann auf jeden Fall so lassen ja cool alles klar ich würde sagen dann gucken wir mal dass wir jetzt anfangen mit Computer Craft äh Computer Craft das kann man natürlich auch noch machen irgendwann erst mal mit ähm mit Dingens Craft hier fangen wir erst mal an ähm mit äh Industrial Craft so warte mal was haben wir denn jetzt hier Crafter Pack Adventure Item Loader Item Loader die brauchen wir noch nicht haben wir noch kein Interesse an den Item Loadern Wireless Turtle die brauchen wir auch irgendwann noch die Turtles aber jetzt erst mal nicht so was haben wir hier Power Furn Chase Pulver Pulver ach genau Pulverisierer ja genau den brauchen wir nämlich auch Induction Smelter Magma Crucible richtig die brauchen wir auch alles noch Liquid Transponder Galactic bla 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 Ignorant Extruder Aquarius ja alles klar ich weiß wieder Bescheid nur wir müssen uns natürlich auch noch eine Energiequelle suchen wir werden aber erst mal wahrscheinlich äh Liquid Transposer nehmen Machine Frame ah Gold dafür brauchte ich Gold scheiße dafür brauchte ich auch Gold und Redstone das ist natürlich Kacke Powered Furn Chase ja da fängt natürlich an und ich brauch Bricks dafür what the fuck wieso brauch ich denn Bricks dafür was brauch ich denn für den Power Furn Chase Bricks okay na gut wissen wir mal Bescheid oh ist es nachts äh schlecht ja was sagt uns das ähm alles klar machen wir es anders pass mal auf erstmal dann machen wir es erstmal dann machen wir es erstmal so pass mal auf ich hab ne gute Idee dann machen wir es erstmal anders wo haben wir unsere Turtles Mining Turtle die Turtle nochmal mit nem Computer mit nem Computer nochmal Redstone haben wir Redstone schon gefunden hab ich noch nicht alles klar wir brauchen Redstone wir brauchen Redstone das heißt folgendes werden wir jetzt tun wir gaben uns in die Höhle ein werden mal unter auf äh gucken worauf wir worauf werden wir gehen ist gut dass ich das Ding da vorhabe Minimap äh Minimap Optionen position 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 lower left ist egal sieht mich gerade sowieso nicht wir sind jetzt auf 59 ne wir gehen mal bis auf 10 runter bis auf 10 würde ich sagen dann reicht das und dann werden wir dann nach Redstone suchen aber ich begebe mir auch vorher schon Redstone weil da ist sogar schon Copper wieder aber Copper brauche ich jetzt mal gerade nicht gerade kein Interesse an Copper Hauptsache ich finde Redstone weil das brauche ich auf jeden Fall weil dann ganz ehrlich dann werde ich mir jetzt erstmal ne Mining Turtle machen die bitte für mich graben soll dann ups war jetzt ein bisschen doof dann brauche ich nämlich wirklich erstmal ne Mining Turtle dann gräbt die erstmal für mich während ich dann oben mein äh Zeug machen kann alles mein Graben und sowas äh mein Graben mein Herstellen und sowas von irgendwelchen Sachen man soll die erstmal für mich äh Zeugrand schaffen die Turtle machen wir es halt erstmal so so wir sind jetzt auf 39 auf äh Y könnt ihr das ja nachlesen welcher Höhe wir gerade sind so jetzt sind wir schon auf 36 runter verdammt ich habe keine Dinge jetzt mehr keine Fackeln ich glaube ich brauche hier direkt aber ich hasse das runter zu laufen ich glaube ich brauche hier sofort mehr Stairs ein wenn ich hier die Scheiße nicht habe ja schlimm warte mal ich brauche wieder ein bisschen ein paar Fackeln so zack und zack ein paar Fackeln hier weg damit und wir bauen uns heute mal ein paar Stairs los so zack 32 nochmal 40 reicht erstmal glaube ich wobei ja reicht nicht 49 runter sind 40 da brauche ich mehr da brauche ich mehr von hä what the fuck doch gerade extra das nicht genommen na egal so jetzt reicht es aber mehr als genug so dann mal runter bauen wir direkt mal vier ab und machen halt machen das halt direkt mal hier Stairs gleich rein damit wir hier leichter rauskommen runter ist ja nicht ein Problem aber hoch ist halt ein Problem wenn wir den scheiß Block hochspringen ist halt scheiße ist halt nicht die Handyversion wo man halt automatisch alle jeden einzelnen jeden jeden einzel Block hochläuft automatisch ohne zu springen so weg damit direkt mal Stairs hier einbauen damit wir gleich leichter hochkommen äh ups das war scheiße für die stupide Arbeit aber egal so perfekt darunter ist ja nie ein Problem aber am besten müssen wir jetzt also eigentlich müssten wir jetzt unten auch noch also oben auch noch einen Block weg machen aber so geht es ja wie ihr seht funktioniert passt soweit ausleuchten schön super das jetzt hier auf Dingens Treffe auf Gravel ist ja egal scheiß auf Gravel so hey du Arsch warte mir voll in den Rücken hier die Sau okay reicht sieht gut aus jetzt sind wir auf 26 sieht gut aus sieht sehr gut aus ich höre Wasser Wasser gerade so okay wäre geil, wenn ich auch Redstone finden würde. Ich brauche Redstone, Alter. Redstone. 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 So. Jetzt sind wir auf 19 schon. Auf jeden Fall nicht so schlecht. Wollen wir jetzt nochmal hoch hier gerade. Siehst du, wie schön geschmeidig und schnell wir hier hochkommen. So. So. Voll die langweilige Arbeit, denke ich mir so gerade. Voll stupide, uns den Weg nach unten zu bauen. Aber was willst du halt machen, wa? So, jetzt sind wir auf 13. Habe ich zumindest schon mal einen schönen Schacht nach ganz unten. Das ist auch schon mal was wert und ich höre Lava. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Und Redstone. Baby. Redstone. I love you, Redstone. Jetzt sind wir auf 9. Ich könnte mir sogar jetzt hier schon, äh, Dinge zu finden. Äh, Diamanten. Aber ich denke mal, so viel Glück, wenn wir noch nicht haben, dass wir jetzt hier direkt Diamanten finden werden. Ah, vielleicht haben wir ja Glück. Wer weiß. Mal gucken. Das denn? Tungsten. Okay. Dann, was das jetzt nochmal war. Brauche ich jetzt auf jeden Fall, glaube ich, gerade nichts. Lava ist links von mir. Ich höre die links auf dem linken Ohr. Ich höre die. Ah, siehste. Wow. Was da Lava vorkommen. Unglaublich. Ich kriege einen harten. Ist ja unglaublich. Oh. Hey. Was soll das denn? So. Sehr gut. Alles klar. So. Sehr gut. Ich habe Redstone gefunden. Mehr brauchte ich ja nicht. Jetzt muss ich nur gerade ein bisschen Stein gleich, ähm, ein bisschen Stone muss ich gleich, äh, beraten. Dann können wir auch bald schon die erste, die erste Mining Circle mal losschicken. So, alles klar. Dann werden wir gerade hier ganz kurz den ganzen Stein reintun, was wir gerade gefunden haben. Jetzt haben wir hier den ganzen anderen Scheiß. So, das, 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 alles da rein. Das brauche ich. Glasscheiben brauche ich jetzt noch. Äh, und ich brauche ein bisschen Stone jetzt. Äh, äh, ich brauche ich jetzt eigentlich für die Turtlewatch da jetzt eigentlich eine Diamantspitzhacke für. Das weiß ich gar nicht. Oh, dafür echt eine, echte Diamantspitzhacke. Das wäre aber abgrundtief scheiße. Das wäre jetzt richtig kacke, wenn das nicht funktionieren würde. Eine Mining Turtle. Das wäre natürlich jetzt wirklich kacke. Wireless Modem. Ne, ne. Ja, gut, müssen wir mal gucken jetzt, wie das aussieht. Ich brauche eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben brauche ich. Ne, hä? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Doch, ich bin doch nicht doof. Okay, raus da. Natürlich nicht. Ich muss jetzt erstmal nur eine machen, weil ich glaube, ich könnte sowieso noch nichts mit der Turtle anfangen, da ich noch keine Diamantspitzhacke habe. Nicht, dass wir die auch noch finden müssen. Computer. So, war die Turtle jetzt? Turtle war jetzt Chest und Iron. Eine Shehest. Eine Shehest. Den Computer und Iron habe ich nicht dabei. Habe ich vergessen. Da. Zack. Zack. Und dann hier einmal eine Turtle. Bitte. Sag, das geht. Nein, es geht nicht. Scheiße. Ich muss echt eine Diamantspitzhacke erst bauen. Fuck. So ein Mist. Natürlich jetzt kacke, ne. Dass ich jetzt echt erst vorher noch eine Diamantspitzhacke brauche. Das ist natürlich jetzt ganz schön gay. Das heißt, das müssen wir vorher wirklich noch machen. Scheiße. Ah, naja. Egal was soll's. Wir werden es in der nächsten Folge einfach machen, denn ich war an der Stelle jetzt Ende für heute. Für mich zumindest. Wobei für euch auch. Ja, da würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.